Servus liebe Trader, in diesem Anleitungsvideo möchte ich euch zeigen, wie ihr Kurslisten als Basis nutzen könnt, um eigene Konfigurationen und Scans zu erstellen. Vereinfacht ausgedrückt, wie könnt ihr zum Beispiel Titel finden, die unter den 2000 größten US-Aktien möglichst nah am 52 Wochen hochnotieren. Und da möchte ich euch gerne einige kleine Tipps mitgeben, die es bei der Erstellung dieser Konfigurationen zu beachten gibt. Ich bin hier auf desk.traderfox.com, alles was wir für die Funktionen benötigen ist das Abo zu Börsensoftware und ihr könnt hier unten rechts mit dem Plus-Symbol jetzt auch mal einen neuen Desktop erstellen. Ich mache das jetzt hier einfach mal mit dem Namen MeinDesk, damit wir hier eine freie Schaltfläche haben und hier zum Beispiel dann unsere neu konfigurierte Kursliste auch gleich ablegen können. Was wir natürlich brauchen zunächst, eine Kursliste. Deswegen gehe ich hier auf den Reiter Listen, mache jetzt zum Beispiel mal die 2000 größten US-Aktien nach dem Handelsvolumen auf. Jetzt haben wir hier 2000 Titel drauf und wir wollen diese aber jetzt nach bestimmten Parametern oder Kriterien filtern. Das heißt, wir wollen die Treffermenge verkleinern und hier speziell gewisse Faktoren berücksichtigen. Es gibt da vorgefertigte Templates, die euch das abnehmen. Ihr habt hier bei jeder Kursliste unter dem Reiter Ansicht schon mal die Möglichkeit zum Beispiel, weil ich jetzt gerade über das Jahreshoch gesprochen habe, euch über Hochs und Tiefs informieren zu lassen. Dann wird das hier automatisch mit weiteren Spalten schon eingeblendet. Ihr seht das hier, 52 Wochen hoch, 52 Wochen tief und somit habt ihr eigentlich schon eine vorgefertigte Konfiguration bei dieser Kursliste jetzt angelegt. Ihr könnt es aber auch völlig frei definieren. Ich zeige euch das mal anhand einer zweiten Kursliste, die ich daneben aufmache. Es gibt nämlich bei jeder Kursliste hier rechts ein grünes Plus-Symbol und dort könnt ihr eben die ganze Vielfalt an Scans, Indikatoren auch hinzuschalten. Es geht da zum Beispiel um Aktiendaten. Vorkonfiguriert haben wir zum Beispiel schon mal den Aktiennamen drinnen. Ihr könnt da zum Beispiel aber auch neben dem Namen der WKN zum Beispiel auch die Marktkapitalisierung direkt einblenden. Das ist auch manchmal ganz interessant. Bei einer Apple wissen wir zum Beispiel, dass es ein Big Tech ist, aber es gibt dann zum Beispiel auch Penny Stocks, wo man dann vielleicht vorsichtiger agieren möchte. Das dauert nur einen Moment, bis es hineingeladen ist und dann wird das hier schon auch angezeigt. Wir können aber auch hier zum Beispiel sofort nachsehen. Fügen wir da einfach noch mal weitere Scans hinzu, wie zum Beispiel jetzt noch mal das 52 Wochen hoch. Das finden wir hier zum Beispiel unter der Spalte Scans Signale. Und jetzt kann ich zum Beispiel noch einen dritten Scan hinzufügen. Nehmen wir einfach mal den Indikator Trend Template. Der ist zurückzuführen auf den Trendfolgetrader Marc Minavini. Und wenn dieses Trend Template als erfüllt gilt, dann zeigt uns das einfach nur, dass sich eine Aktie auch in einem aktiven Aufwärtstrend befindet. Das wähle ich jetzt hier einfach mal aus. Dann bekomme ich hier zum Beispiel auch das Feedback Trend Template erfüllt, grünes Häkchen oder eben nicht, dann ein rotes X. Ja, jetzt kann ich zum Beispiel aber sagen, das ist schön und gut. Ich habe da jetzt immer noch 2000 Titel drauf. Ich möchte jetzt aber nur Aktien sehen, die zum Beispiel nicht weiter als 10% vom Hoch entfernt sind und ein aktives Trend Template haben. Dann klickt ihr hier einfach auf diese Listenfilter. Listenfilter, das ist das Symbol hier ganz links in der Reihe und dann gehen diese Plus-Symbole über den jeweiligen Spalten auf. Ihr könnt hier jetzt auf eines dieser Plus-Symbole draufklicken und dann die jeweilige Spalte auch nochmal definieren. Da sage ich zum Beispiel bei 52 Wochen hoch, hier Abstand vom Hoch minus 10 bis unendlich. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, ich will, dass die Aktien innerhalb der letzten 10 Handelstage ein neues Hoch markiert haben müssen. Das lassen wir jetzt einfach mal eingestellt. Dann wird die Auswahl jetzt hier schon mal deutlich kleiner und wir können hier das gleiche jetzt auch machen beim Trend Template. Plus-Symbol, Status aktiv und schon haben wir nur Titel mit einem grünen Häkchen. Somit kann ich hier einfach dieses Universum, das ich durchleuchten möchte, besser gezielter überwachen und so deutlich schneller bessere Breakout-Chancen finden. Was ich jetzt machen kann, ich mache die Listenfilter einfach zu zum Beispiel, sortiere mit einem Links-Klick in absteigender Reihenfolge nach einem geringen Abstand zum Hoch. Ich sehe dann zum Beispiel Aktien wie eine Eli Lilly, die jetzt im absoluten Rally-Modus sind. So werde ich dann relativ rasch dank dieser Konfiguration auf diese Aktien aufmerksam. Was ihr jetzt auch machen müsst, damit ihr diese Konfiguration täglich so vorfindet und nutzen könnt, ganz wichtig, abspeichern. Wir haben ja jetzt hier bei den 2000 Volumen stärksten Aktien Spalten hinzugefügt und hier unten sehen wir schon Konfiguration, die müssen wir jetzt auch so abspeichern. Wenn wir jetzt nur den Trading Desk nämlich speichern, dann ist diese Konfiguration wieder gelöscht, dann bekommen wir zwar diese Kursliste auch wieder angezeigt, allerdings sind diese Spalten verschwunden und auch diese veränderten Parameter werden nicht berücksichtigt. Damit das nicht passiert, hier auf Konfiguration klicken, Speichern als, ich nenne es einfach mal hoch mit Trend Template, Speichern und dann haben wir es hier unten auch schon entsprechend hinterlegt. Wenn ich jetzt hier den Desktop auch abspeichere mit einem Rechtsklick, Desktop speichern, diesen dann zum Beispiel am nächsten Tag wieder laden möchte, um mein Screening durchzuführen, dann wird auch hier diese Kursliste wieder angezeigt mit genau diesen Spalten und eingestellten Parametern. Hier gibt es auch einen kleinen Unterschied, bei diesen Ansicht Templates, die sind ja schon abgespeichert, da müsst ihr das nicht machen, da klickt ihr einfach auf Hochs und Tiefs drauf, legt die Kursliste ab, Desktop speichern und es funktioniert. Wenn ihr aber selbst eine Konfiguration erstellt habt, dann müsst ihr das individuell speichern. Und hier entsprechend auch noch ein kleiner Hinweis, ihr klickt einfach nochmal drauf, dann habt ihr all eure eigenen Templates hier in der Übersicht nochmal auswählbar, ihr könnt da schnell umschalten. Es gibt auch vordefinierte Templates, wo ihr Inspirationen bekommt, um das zu beschleunigen, ihr könnt die auch wieder verfeinern und neu abspeichern, aber da findet ihr die ganze Übersicht und könnt vor allem auch wieder eure Templates herauslöschen. Ein Vorteil ist jetzt zum Beispiel, dieses Screening gefällt mir, ich möchte das auf den deutschen Markt anwenden, dann mache ich hier einfach eine deutsche Kursliste auf, nehmen wir hier zum Beispiel nochmal die DAX-Aktien, klicke hier einfach auf Konfiguration und kann hier auch wieder hoch mit Trend Template auswählen. Jetzt sehe ich zum Beispiel, da gibt es nicht viele Titel, die das gerade erfüllen, aber doch einige Kandidaten, die auf sich aufmerksam machen. Und damit ihr das immer optimal auch angezeigt bekommt, ihr seht jetzt hier bei 52 Wochen hoch, da wird mir der Abstand ein wenig abgeschnitten. Ich sehe jetzt nur, vor vier Handelstagen wurde ein hoch markiert, ich weiß aber den Abstand nicht genau. Dann klicke ich einfach neben dem Schließen-Button hier auf dieses Ausfüllen-Symbol und dann wird die Breite optimiert. Wenn euch das jetzt dann immer noch zu breit ist, dann könnt ihr hier auch in diesen Spalten mit gedrückter linker Maustaste das Ganze entsprechend verkleinern oder zum Beispiel auch mit einem Rechtsklick auf den Bit- und Ask-Kurs zum Beispiel hier Spalten auch wieder herauslöschen, um dann möglichst platzsparend zu agieren und dann das Ganze, wie ihr es eben braucht, anzupassen. Wichtig ist einfach immer nur Konfiguration wieder abspeichern. Hier gibt es dann auch dieses Speichern-Symbol für die Schnellauswahl, habt ihr gerade gesehen. Und ja, ihr könnt es mit einem X hier wieder hinauslöschen oder eben schnell wieder hinzufügen. Einen Hinweis möchte ich euch noch geben, wenn ihr da keinen eigenen Desktop zum Beispiel extra anlegen wollt, sondern hier nur diese Konfiguration einmal täglich nutzen wollt, Kursliste dann wieder schließen, dann erstellt am besten auch einen Scan. Das heißt, wir machen genau dasselbe, was wir jetzt gerade getan haben. Wir öffnen eine Kursliste, speichern eine Konfiguration ab. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir hier jetzt auch als Scan-Speichern auswählen. Wir müssen hier nur einen Namen wieder eingeben. Ich lasse es der Einfachheit halber hier wieder gleich, klicke auf Senden. Und jetzt zum Beispiel müssen wir gar keine Kursliste aufmachen, sondern wir gehen hier einfach auf unseren Listen-Explorer und haben hier dann auch Listen-Templates, wo meine Scans abgespeichert sind. Der große Vorteil, ihr werdet es jetzt sehen, mit einem Klick mache ich genau diese Kursliste mit dieser Konfiguration wieder auf. Das heißt, ich muss hier nicht mühsam wieder im Listen-Menü agieren und dann die Konfiguration hineinladen, sondern ich habe hier einfach wirklich eine Schnellauswahl, um genau dieses Screening durchzuführen. Dort könnt ihr eure Scans dann auch wieder rauslöschen. Einfach hier ein Rechtsklick auf den Namen, Scan löschen und schon ist er wieder weg. Ja, sonst kleiner Hinweis noch am Schluss. Der TraderFox Screener, der bietet euch auch hier in der Menüauswahl einige vorgefertigte Templates, wo Konfigurationen auch schon erstellt wurden. Es ist hier eigentlich selbsterklärend mit Beschreibung. Wir können zum Beispiel suchen nach steigenden Aktien mit steigendem Handelsvolumen. Ihr klickt dann einfach hier zum Beispiel in der Schnellauswahl wieder auf die 2000 Volumen stärksten US-Aktien und dann wird euch auch das hier in einem Screener basierend auf diesen Indikatoren entsprechend angezeigt. Aber jetzt wisst ihr, wie könnt ihr mit Kurslisten selbst solche Konfigurationen erstellen, wie könnt ihr sie abspeichern, wieder löschen, was ist der Vorteil eines Scans und das sind dann eben auch hilfreiche Tools, um die tägliche Screening-Routine nicht nur zu verfeinern, sondern auch deutlich zu beschleunigen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Screenern und wie immer viel Erfolg mit euren Trades. Vielen Dank.